herzlich willkommen liebe kryptonauten zu einem neuen video montag 20 uhr heute terren wir das große thema wer oder was sind eigentlich die kryptonauten ja vorweg muss ich sagen wer kann das besser als der chef höchstpersönlich und ich weiß ich darf nicht chef sagen aber trotzdem möchte ich ihn besonders ankündigen und zwar meine damen und herren ladies and gentlemen here is the ceo and co-founder of kryptonauten jascha hallo stefan hallo community mein name ist jascha kennt mich unter jascha motto auch in diversen telegram crypto telegram gruppen und ich bin der co-founder der kryptonauten community und ja was ist der erste part des videos ja und zwar wir haben uns ja überlegt wir würden gerne volle transparenz bieten was das thema youtube und mitarbeiter angeht und ich bin gefragt worden arbeite ich denn eigentlich jetzt vollzeit für die kryptonauten dazu kann ich nur sagen nein ich bekomme auch kein geld von den kryptonauten das ganze ist ein hobby was mir sehr viel spaß macht schon fast eine leidenschaft die leidenschaft wir alle kennen bitkom preis er geht hoch und runter eine leidenschaft die leidenschaft nein ich arbeite vollzeit in der metallbranche und ich gehe sehr gerne zur arbeit und in schwierigen zeiten wie diese muss man auf sicherheiten bauen und ein sicherer job in der metallbranche ist mir dann doch wichtiger als sage ich mal eine zukunft wo man nicht weiß wo es hingeht die einnahmen die durch youtube generiert werden fließen wieder komplett in den youtube kanal zurück weil wir uns gesagt haben wir möchten das gerne ausbauen und dann fangen wir doch direkt an mit den gesprächsthemen und zwar unseren youtube kanal wie ihr schon bereits gesehen habt sind ja nicht nur videos von uns online von den kryptonauten sondern wir haben ja auch die bitcoin machine mit dem buch hier und den bus five minutes den ich mir nächstes jahr übrigens im talk schnappen werde der hat sehr viel interessanter sachen zu berichten thema youtube kanal chef sagst du dazu ja das ziel der kryptonauten war es ja von anfang an eine community getriebene lernplattform um die themen dezentrale technologien zu kreieren weil ich der überzeugung bin dass dass das jeder halt irgendein spezial wissen hat und viele trauen sich ja nicht selber jetzt oder haben die auch nicht die mittel und zeitlichen mittel und finanziellen mittel einen eigenen kanal zu machen deswegen haben wir uns überlegt wie können wir diesen leuten eine plattform bieten und dann habe ich mir gedacht okay jeder der wirklich was zu sagen hat was irgendwie für andere von wert ist kann sich an uns wenden und dann helfen wir den leuten bei der stellung eines der thumpnails eines teasers und bieten den dann eine plattform und der vorteil von so einer plattform ist dann halt dass man das ganze geld was dann hoffentlich irgendwann mal oder wenn mal irgendwann mal was dabei rumkommt wieder in einen kanal reingesteckt wird so dass alle davon profitieren und die leute die dann videos produzieren das sind ja dann quasi content creator die dann auch einen bestimmten wert bringen dass das die dann dafür so eine art aufwandserschädigung haben und wie gesagt der vorteil ist dann quasi dass man diese synergie effekte nutzt und auf einen kanal bündelt und dass alle davon profitieren als wenn man jetzt zum beispiel wie jeden einzelnen kanal neues marketing aufsetzen muss weil jeder weiß ja wie schwer es ist follower aufzubauen und warum nicht das alles auf einem kanal machen weil so nauten sollte niemals ein unternehmen werden sollte eine eher eine bewegung werden ich habe damals in meinen jungen jahren vor zwei jahren gedacht so es wäre so eine art piraten 2.0 mit der ergänzung der dezentralen technologien und damit das ganze auch eine bewegung wird muss man die community mit einbeziehen so war der kerngedanke und das ganze habe ich mir dann so ungefähr von einem halben jahr habe ich es ja damals in der gruppe angestoßen dann ist ja bass dazu gekommen fünf minuten bars wolfgang hat ja ein paar videos gemacht rund ums trading und jetzt haben wir unseren neuen großen star stefan gefunden langjähriges mitglied der community langjähriges und treues mitglied der community und der sich jetzt ein bisschen intensiver mit dem thema auseinandersetzt und paar geile community talks veranstaltet in zukunft und paar andere heiße interviews und dafür danke ich dir stefan auf jeden fall freue ich mich auf jeden fall dass du dabei bist ja sehr gerne ich habe gesagt das ist eine leidenschaft die auch irgendwie leidenschaft erzeugt weil wir wissen ja die technik hatte mir ein bisschen den streich gespielt sonst wäre ich schon viel eher hier auf dem youtube kanal aktiv geworden aber manchmal soll es nicht so sein wie es will aber gehen wir weiter zu dem thema kryptonauten und zwar würde ich bitten die geschichte und es ist ja deine geschichte mit dem unternehmen wo wir eine große zukunft erhoffen uns eine große zukunft erhoffen und zwar die geschichte der kryptonauten unsere geschichte nicht ich meine es gibt keine ich meine aber du warst von anfang an bei dir also war ein bisschen dazugekommen 2018 anfang 2018 mitte mit anfang ja anfang 18 genau ja also die geschichte hat ein bisschen vorher also meine geschichte hat ein bisschen vorher angefangen ich habe 2017 tatsächlich im frühjahr bin ich auf das thema bitcoin und kryptowährungen aufmerksam geworden durch meinen besten freund der jetzt mittlerweile ein banker bei einer der größten banken und sehr erfolgreich und ich halte ihn halt für eine sehr sehr kluge person und er hat mir damals empfohlen ja schon kommen bis hier in bitcoin ich habe jetzt investiert und andere coins und ja da bin ich halt seinem rat gefolgt ohne zu wissen was ich das überhaupt auf sich damit auf sich hat und dann als ich dann investiert habe und dann gesehen habe okay geht das geld hat sich jetzt langsam verdreifacht vervierfacht und dann ist ja quasi der der halb gekommen was ist überhaupt dahinter hat das ganze substanz soll ich jetzt aufsteigen und weil der medienstand wurde ja die ganze zeit davon berichtet dass das irgendwie nur kriminelle leute seien die die den bitcoin benutzen das eher im darknet für drogenkäufe oder auftragsmorde benutzt wird und da bin ich mal auf so ein meetup gegangen das war dann damals das meetup von crypto monday was milko geleitet hat in köln bin ich das erste mal hingegangen und da habe ich halt gesehen was da wirklich für leute sind und das waren halt sehr intelligente leute und ganz verschiedene menschen und das fand ich halt extrem interessant weil es war halt nicht das was die medien berichtet haben und das hat mich dann halt gleich gecatcht und ich habe mich tag und nacht mit dem thema beschäftigt dann haben wir ende 2017 die erste community gegründet das war sogar jeder luigi aus unserer gruppe der war da auch gründungsmitglied zu sehr sogar die erste gruppe gegründet da bin ich da reingekommen da war ich da so eine art experte weil ich mich halt gesagt das glück zeit zu haben ich war student tag und nacht mit den themen beschäftigt war auch irgendwie koreanischen börsen habe die ganzen coins abgecheckt und genau dann ist die gruppe dann schnell irgendwie von 20 auf 40 80 100 300 leute angewachsen und da haben wir gesehen dass wir den nerv der zeit getroffen haben weil die menschen keine oder die leute keine zeit hat nach der arbeit sich noch mit dem ganzen thema auseinanderzusetzen und da gab es halt einige probleme erstens war alles auf englisch zweitens war die technologie sehr sehr komplex und dann gab es auch noch die ganzen scams die von allen seiten kamen und versucht haben die leute zu verarschen und dann haben wir uns halt gedacht okay wie können wir die leute davor schützen und wenn wir uns eben mit dem thema beschäftigen dann können wir das wissen ja auch teilen und werden teilweise auch rentner in der gruppe das hat mich sehr inspiriert die einfach ihre altersarmut hier viele grüße an beate ich hoffe ich darf das mal so sagen die versucht hat ihre ihre altersarmut dann entgegenzuwirken und auch anderen rentnern das nahezulegen genau und dann ist die gruppe halt so weiter angestiegen dann war dann 2018 und irgendwann in einer nacht bin ich dann auf die idee gekommen okay kryptonauten das ist ja so ein gängiges wort vielleicht kann man sich das ja schützen lassen nicht um jetzt daraus irgendwie ein unternehmen zu machen oder sowas nur damit ich dann später nicht verklagt werden kann ehrlich gesagt weil wenn man langfristig was aufbauen will braucht man gewisse sicherheiten und dann habe ich halt irgendwann februar in einer nacht nebelaktion habe ich mir die marke schützen lassen und der prozess hat dann noch länger gedauert aber in der nacht bin ich dann auf eine seite gegangen habe das logo entworfen so sah das früher aus vielleicht kennt ihr das noch fanden viele nicht so toll deswegen mussten wir das später dann umändern mit hilfe der community haben wir so kleinen contest gemacht genau und ich habe mir dann gedacht wenn das ganze durchgeht dann ist das für mich so ein zeichen dass wir da was aufbauen wollen und im endeffekt ist dann das durchgegangen und ja dann habe ich weiter studiert habe meine bachelorarbeit in dem bereich geschrieben ich bin auch fleißig auf meetups gegangen weiterhin meine bachelorarbeit habe ich über icos geschrieben ich bin dann auch nach zug gefahren in dieses crypto valley und da habe ich gesehen okay das ist echt ein cooles thema und da sind coole leute drin und das war meine erste leidenschaft eigentlich in meinem leben vorher hatte ich nie so ein wirkliches hobby was mich so gepackt hat weil hier das hobby ist halt auch damit verbunden dass jede information die auch theoretisch geld bringt wir alle sind halt über gier reingekommen muss man so sagen sagen viele zwar anders aber zunächst kommen erstmal alle über die gier rein und dann sehen alle so was es mit der technologie auf sich hat und das hat mich hat gecatcht dass da irgendwie was gutes tun aber gleich sich auch noch damit geld verdienen und ja dann habe ich dann mein bachelor zu ende gemacht betriebswirtschaftslehre und wie gesagt mit der bachelorarbeit im bereich icos und dann habe ich halt gedacht okay ich hätte selber für mich gerne so eine kryptonauten app beziehungsweise eine app gehabt die das ganze mir einfach vereinfacht weil ich hatte mein damal ich weiß noch wir haben immer die kurse gecheckt auf kein market cap im browser nicht eine app weil ich habe keine app erstmal den browser aufgemacht jeden tag 25 mal das portfolio hatte man dann auf blog folio informationen hat man sich dann bei whatsapp gesucht in telegram ich war in discord gruppen ich war in reddit gruppen das wissen hat man sich dann bei youtube irgendwie zusammengesucht oder auch auf reddit gruppen oder in discord form und das war viel zu aufwendig für für die normalen leute die halt keine zeit haben und vielleicht auch kein englisch können deswegen war es mir auch wichtig dass wir das ganze auf jeden fall auf den deutschsprachigen raum fokussieren weil englischsprachiges youtuber und content gibt es genug aber kaum jemand setzt sich quasi dafür ein dass auch die leute die die sprache nicht können oder für die es kompliziert ist das auch verstehen deswegen haben wir dann diese community gegründet und ich habe mich dann mit einfach mal hier im gründerbüro siegen startpunkt 57 heißt das da kann man hingehen und wenn man eine coole idee hat kann man die vorstellen und wenn die innovativ ist dann wird das ganze gefördert und ich bin einfach so glück hingegangen und der herr herr mit viele grüße aus siegen der fand die idee dann toll und wir haben uns gleich gefördert wir haben uns ein büro gegeben und kurz daraufhin haben die uns dann nahegelegt uns für das nrw gründerstipendium zu bewerben da werden auch junge innovative gründer gefördert und dann haben wir ein team aufgesetzt und haben das dann erfolgreich bekommen dann quasi 1000 euro im monat pro gründer für ein jahr lang und man kriegt diverse gründungsseminare und unterstützung wie man das projekt erfolgreich dann so durchsetzt man kriegt dann auch einen mentor an die hand eine fahne genau so hat das ganze dann fahrt aufgenommen dann haben wir uns gleich an die entwicklung der app angesetzt wir hatten ein programmierer den asfa das ist ein eher ein backend developer der hat das dann quasi unentgeltlich sogar gemacht das war das krasse weil das spendium hat er leider nicht bekommen weil er kein deutscher staatsbürger ist ich habe mich dafür eingesetzt dass er das bekommt aber leider hat das nicht geklappt mit unseren rechtlichen rahmenbedingungen deswegen nochmal an astra thank you so much my friend er hat das quasi unentgeltlich hat er sich herangesetzt und hat eine app programmiert neben seinem studium was sehr hart ist in informatik und wir haben uns dann mit dem jannik haben wir uns dann an die konferenz gesetzt stimmt die koptoroktas konferenz vielleicht dazu ist aus unserer community entstanden damals mit luigi und thorsten die haben die erste konferenz gemacht da waren wir auch dabei als koptor nauten aber da waren auch sehr sehr coole leute von verge und da war sogar die mutter von dem typen von silk road dabei und beinens und alle möglichen die waren auch damals auf englisch und der thorsten konnte das aus beruflichen gründen nicht weitermachen und luigi deswegen ja haben wir das gesagt okay wir übernehmen das haben uns geeinigt und wir wollten das nicht dass das projekt ausstirbt und deswegen haben wir das dann übernommen und dann haben wir uns gleich herangesetzt dann mit der organisation dazu weil ich habe mir gedacht wir kochen halt in unserer kurte community unsere eigene suppe die ganze zeit und das problem ist aber diese anwendungsfälle in der realen welt die werden nicht realisiert wenn man nicht die etablierten unternehmen oder die entscheider mit an bord holt und dann habe ich habe mir gedacht okay mit der koptor nauten app können wir halt das wissen an die breite bevölkerung bringen und dem quasi ein nützliches tool zur hand legen womit sie quasi einen einfachen einstieg haben ohne dass die irgendwelchen scams zu opfer fahren scams sind verarschen für die heute die das nicht wissen das sind halt oder gibt es halt für ein schöneres wort also ich wüsste keins also scams ist eigentlich so in unserer szene sage ich mal das gängigste wort ich kann mich erinnern das ist so neuer token oder neuer coin kommt raus und dann heißt das erst mal scam 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 da beschäftigt man damit doch gar nicht so schlecht aber diese grundskepsis die haben wir einfach aufgrund der jahre und der erfahrung jetzt mittlerweile bei jedem fast jedem neuen projekt ja jeder jeder der in der zeit dabei war ist ein paar solchen sachen zum opfer gefallen weil die renditen waren sehr verlockend habe das ja am tag und wir ein prozent bekommen und jeder ist auch die schnauze gefallen und wir wollten das ganze auch dann austesten und die leute waren ich bin damals auch solche bei plus token ich bin sogar extra nach berlin gefahren habe die leute sogar vor ort gewarnt und ich habe da alles versucht so aber ich habe gemerkt die leute die sind halt dann von der gier geblendet das heißt trotzdem nicht dass man nicht nichts machen sollte aber mittlerweile stecke ich da jetzt nicht mehr so viel zeit und mühe rein weil ich habe gemerkt manchmal muss man auch einfach auf die schnauze fallen natürlich dass dann gibt es viele einzelne schicksale gerade bei plus talk ich habe gesehen da waren viele alte menschen das hat mir schon sehr weh getan aber ich habe wirklich alles versucht und es hat trotzdem die leute nicht davor bewahrt weil du kannst du kannst halt nicht beweisen bis es dann passiert und wenn der tag kommt dass es nicht mehr weitergeht dann lernen erst die leute und dann denken sich da stand doch ein junger man hätte ich mal auf den gehört aber man ist dann so in dieser welt in diesem du musst mehr investieren und so weiter man was ihm eingeredet wird also man kann das wirklich vergleichen wie so eine kleine sekte würde ich fast sagen man wird da so bis hier mehr schickt die dahin muss die dahin schicken transaktionsgebühren und so weiter dein portfolio wird automatisch immer kleiner obwohl du sagst nein das ding das wird groß und dann auf einmal ist das ja jetzt hast du so viel portfolio verloren steckt noch was rein und du steckst wirklich noch was rein und dann hängst du da und irgendwann hast du da tausende von euros und da haben wir genug beispiele leider kennengelernt die viel geld verloren haben und dann am ende doch besser auf den jungen herren gehört habt der sogar vor ort war hätten ja oder andere ich meine unsere community hat ja eigentlich immer davor gewarnt wenn es zu schön ist um wahr zu sein ist es nicht real und problem ist halt wenn du auf einer veranstaltung sitzt das catch halt eine weil du siehst halt so viele die 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 daran glauben und dann ist es halt schwer da nicht daran zu glauben und siehst dann die renditen was sie sich alle leisten können und dann macht es einen crazy und das ging dann so weit dass die leute ich habe gesagt hey leute das ist eine verarsche aber kann sein dass das noch ein halbes jahr geht so und die leute haben dann statt dann raus zu gehen haben die dann hey jasch hat gesagt das geht noch ein halbes jahr haben noch mehr investiert ja und kurz darauf nach dieser berlin konferenz ist das dann platt gegangen das ding haben sehr viele leute geld verloren ja so viel dazu und die geschichte haben wir jetzt so ein bisschen abgehakt krypto rockstars haben wir auch schon angeschnitten wollte noch was zur geschichte sagen ich sehe dich gerade so ein bisschen skeptisch ich muss noch kurz mal ich habe jetzt eine meilenstein liste genau ja die krypto rockstars konferenz sollte ja dann 2019 im mai stattfinden genau zum halbigen und wegen wie wir alle wissen kann mir dann corona und dann mussten wir die leider verschieben leider leider auf den oktober erst mal genau und in der zeit haben wir halt weiterhin fleißig eine app gebaut und da kam ali dazu unser frontend developer sitzt auch hier ja als er dazu kam das war wirklich ein segen kam aus dem iranien dann ging die app-entwicklung halt extrem schneller voran weil er ist ein frontend entwickler und backend entwickler die mögen es nicht sachen schön zu machen die bösen sachen zu programmieren und ali kümmert sich um das ganze schöne und dass ihr dann eine gute oberfläche habt und dass es schön einfach ist für die leute ich kann mich dann das erste video war ja etwas minimalistisch er hat sich das angeguckt und hat gesagt stefan red doch mit mir ich baue dir da was ein ich baue dir ein thumbnail und so weiter ja da musste ich mir erst mal was anhören ja der ali ist auf jeden fall ein segen für unser team und obwohl die jungs nicht aus deutschland kommen brennen die für die idee weil die verstehen was wir hier tun und da bin ich auf jeden fall sehr sehr dankbar für dass wir so gute entwickler gewinnen konnten die auch teilweise für ein apfel und ein ei ja ja gearbeitet haben teilweise umsonst nächte und tage gearbeitet haben so was das auf jeden fall nicht selbstverständlich und noch mal zur konferenz dann im oktober mussten wir die noch mal verschieben leider jetzt auf den juni 2021 ich hoffe die kann dann stattfinden wir haben halt ein riesen schiff gemietet in köln wir haben auch die bürgermeisterin zum beispiel als schirmherren gewinnen können und die stadt köln als unterstützung und wir haben tolle speaker dabei wie blog trainer und milko von crypto von bitcoin to go mittlerweile aber auch den ceo von crypto monday und viele viele weitere wir kommen jetzt paar coole videos bei interviews von den von den speakern weil die machen echt geile sachen die wirklich in der realen welt mehrwert bringen den menschen und das ist auch das thema der konferenz welche realen anwendungsbeispiele oder welchen mehrwert bieten wir wirklich der gesellschaft mit diesen ganzen anwendungen weil unabhängig von diesen ganzen investment trading gewinnen ja finde ich bringt die blog chain halt viel viel wert der gesellschaft und kann die welt steckt ist einfach viel mehr wert wie einfach nur in bitcoin und ich werde damit reich und to the moon wenn lambo und dieses ganze geduld trotzdem bringen ist der preis wichtig weil preis bringt die leute in den space so viele sagen ja die ganze zeit preis ist nicht wichtig ist stimmt nicht einfach weil es ist wichtig es zeigt es bringt die leute in den space es hilft auch den projekten wirklich diese sachen zu entwickeln weil das ganze ist open source und damit die programmierer auch eine gute arbeit machen können müssen muss das ganze finanziert werden und dafür sind diese token da wenn ihr in solche token investiert und ihr findet gute projekte unterstützt ihr halt diese entwickler diese anwendung zu bauen genau wie zum beispiel ein dezentrales job box oder ein dezentrales hier dieses internet gab es ja einige projekte die coole visionen verfolgen und jetzt müssen wir herausfinden was von den ganzen ideen wirklich in der realen welt umsetzbar ist und dafür ist die konferenz da dass wir quasi die entwickler und diese crypto leute zusammenbringen mit dieser herkömmlichen west mit investoren wir haben zum beispiel auch die business viele business angels da wir haben viele herkömmliche unternehmen da wir haben die politik da eingeladen und dafür sind solche konkurrenten konferenzen da dass die leute sich treffen zusammen trinken ja unterhalten und dann entstehen dabei wertvolle beziehungen die diese sachen dann auch realität werden lassen können und genau sagen wir haben ja extra oder damals wart ihr da noch das ganze organisatorische team mittlerweile habe ich ja da auch ein bisschen mitzureden wir haben ja extra ein schiff habt ihr damals extra begeordnet dass man auch sagen kann die leute kommen nicht weg also im prinzip du bist die fahrt über du bist da und du hast eigentlich nur die toilette um zu sagen ich habe mal meine ruhe irgendwo ist immer jemand und ich persönlich finde das total geil 2018 muss ich wirklich sagen hat mich leider aufgrund von krankheit erwischt und ich konnte nicht teilnehmen damals noch mit patrick mein erster talk hast wir wollten zusammen dahin aber dann er hatte termine mich als krank erwischt und dann war leider nicht möglich deswegen freue ich mich so sehr auf diese konferenz ich wäre es auch so gern dieses jahr also das war ja glaube ich der freie der samstag nach vatertag wäre das gewesen ich als junger vater gehe noch nicht so sehr feiern muss ich sagen sonst wäre das vielleicht auch hart geworden aber umso mehr freue ich mich auf nächstes jahr ja auf jeden fall noch mal dazu ich hatte vorhin zu erwähnen dass im laufe der konferenzplanung auch mike dazu gekommen ist unserer community hat uns sehr geholfen und meine schwester sie ist event managerin sie wird das ganze dann auch auf die professionelle ebene bringen deswegen das team ist in der zeit auch stetig gewachsen und wie gesagt da hast du natürlich recht weil ich war auf einigen konferenzen und ich habe halt gemerkt das problem ist wenn du dann mit so einem ceo von bitpanda reden willst oder auch influencern problem ist die halten ihren talk und hauen dann ab ja und ich finde das schön wenn die leute dann alle zusammen sind und dann haben die auch ein schönes erlebnis wenn die mal ein vortag langweilig ist dann gehst du hoch auf deck du kannst dich dann sonnen kannst du schönes barbecue gönnen oder satoshi gin oder eine fritz cola das noch einige unserer partner die wir da gewinnen konnten und ich glaube es wird eine coole zeit ein cooles event für alle beteiligten genau und dass die konferenz also wir haben die kryptonauten für die crypto investoren und das ganze drumherum also allgemein wissen dann haben wir die konferenz um diese anwendung zu zu realisieren und dann habe ich mir überlegt okay was ist der letzte baustein der fehlt und der letzte baustein der fehlt und diese sachen dann wirklich zu machen sind wirklich die entwickler die diese sachen bauen und das problem ist wir haben da ein extremmangel gerade auch also wirklich in allen bereichen man hat ja auf eine linkedin studie dass das irgendwie der meistgesuchte soft skill ist 2020 und das ist halt so jeder der blockchain entwickeln kann ist jetzt mittlerweile reich weil er seinen eigenen coin gemacht hat oder bei irgendwelchen coins arbeitet oder projekten die sehr viel geld eingesammelt haben dementsprechend kann sich ein kleines oder mittleres unternehmen in deutschland gar keine beratung oder implementierung dieser technologien leisten weil es einfach so teuer ist und dem ganzen wollen wir halt auch entgegenwirken indem wir quasi leute ausbilden in dem bereich und dementsprechend haben wir dann den plan gefasst mit der dlt akademie da sind wir auch gerade mit der nrw bank in gesprächen dass die das ganze fördern weil im grunde genommen nutzt es uns allen was wenn deutschland da eine führende rolle übernimmt oder zumindest mitspielt dabei weil wir haben ja viele technologien verpasst leider weil wir da ja sehr zurückhaltend waren und uns auf unsere alten pferde verlassen haben aber diesmal sagt ja auch immer frank thelen dürfen wir das nicht wir dürfen diese technologie nicht verpassen wir dürfen diese revolution nicht verpassen wir müssen damit spielen und dafür wollen wir halt mithelfen wir wollen deswegen diese akademie gründen wo dann auch leute aus der community mit beteiligt werden das sind ja auch mit ein paar leuten in gesprächen die er kennt das bei alleine können wir das gestemmen wir wollen das mit der ganzen community aufziehen wie gesagt sollten niemals ein unternehmen werden wir wollen das ganze auch später in der dau verwandeln hoffentlich 2020 die erste deutsche da die zentrale autonome organisation 22 genau weil ich bin ein riesen fan von digitalen beziehungsweise genossenschaften und dezentrale digitale genossenschaften also da aus sind quasi dasselbe ich studiere auch so mein master geht auch in die richtung aber damit will ich euch nicht nerven da um das plan kurz da hat ja der bast ein schönes video zugemacht was eine dao ist eine dezentrale autonome organisation wäre dann die deutsche übersetzung in der hand der buchstaben und ich war sehr überrascht bei einem satz von dir vor kurzem weil wir beide sind ja fast täglich im austausch mittlerweile du hattest mir gesagt wir wollen definitiv eine dao werden und wenn die community beziehungsweise die mitglieder sagen dass ich beziehungsweise du nicht mehr chef des ganzen oder ceo von dem ganzen bilden dann bin ich raus und dann guckte ich ja ich sag wie das meinst du jetzt ernst und dann sagte ich jetzt stell dir mal vor youtube keine ahnung mich sieht man jetzt hier etwas öfters und dann sagen die nee nee der stefan der ist viel sympathischer den jascher den sieht man ja gar nicht nehmen wir den stefan zum ceo und da sagte dachtest du ganz eiskalt zu mir ja dann ist das so dann räume ich meinen platz und ich saß hier ja was also diese diese grundeinstellung sowas kennt man nicht wenn man denkt so ja ich baue hier was auf das ist mein baby das ist mein ding und du sagst einfach ich würde sofort meinen platz räumen wenn die community sagt ich bin hier nicht mehr erwünscht das muss ich auch aber ehrlich zu sagen credits an felix aus unserer community kennt ihr noch aus dem video der t-akademie er zu dem thema geforscht damals und er hat mich darauf gebracht und er hat früher genau diese worte gesagt und das hat mich auch genau so gecatcht aber es möglichkeit ist das so weil ich meine ich will ja dass das ganze in mehrwert bringt der welt oder ich weiß auch nicht dass das halt funktioniert und wenn ich nicht dafür die richtige person bin warum soll ich daran festhalten so der kurs ergründer hat auch zum beispiel seine ganzen anteile abgegeben quasi eine genossenschaft und viel lieber wird das ganze hier funktionieren anstatt ich an meinen wie soll man sagen dass ich daran festhalte dass ich da unbedingt der kopf sein muss das ist ja das prinzip einer dao dass die gemeinschaft entscheidet und der grundgedanke ist dass das eine eine gruppe an menschen quasi der schwarm oder die schwarm intelligenz besser entscheiden kann als die einzelne und davon bin ich auf jeden fall überzeugt und das wollen wir versuchen ich habe nichts zu verlieren und genau das ist so die die mission und ich hoffe wir können dann wertvollen beitrag dazu leisten dass diese technologie irgendwie weiter voranschreitet und das für gerade deutschland da eine erhebliche rolle daran wie sagt man daran beteiligt dass das ganze in der welt vorangeht beziehungsweise wir wissen ja alle oder es ist ja bekannt deutschland hat in den letzten jahren vieles verpennt unsere letzten großen aktien unternehmen sap und ich glaube da kann man noch muss ich überlegen da gibt es salando ja genau genau das war ich wollte gerade sagen großes unternehmen ich kam jetzt auf euch den namen genau auf salando wo man dann sagt man möchte irgendwie ein fortschrittliches land sein aber letztendlich hat man eine automobiltechnologie die jahrelang gehalten hat und jetzt fängt das an zu bröckeln da muss man definitiv auf neue pferde aufsatteln weil wir haben auch ich finde ich finde deutschland hat die richtigen werte und die menschen hier wir haben so viele kluge köpfe wenn man bedenkt wie viele der projekte ich glaube der ethereum ist in berlin entstanden und wie viele selbst der polkadot gründer jetzt ist auch in berlin nur das problem ist die leute gehen danach weg weil hier die regularien so streng sind und deutschland sehr konservativ ist das höre ich auch immer wieder auf den konferenzen dass die leute ja einfach abhauen weil die regularien so katastrophal sind dass alles so langsam vorangeht mit der bafin zum beispiel und das ist halt schade weil lieber will ich das deutschland oder das deutschland oder die europäer das ganze mitgestalten statt dann andere länder die dann nicht so freiheitliche werte haben wie wir und genau dazu wollen wir beitragen das ist sozusagen unsere mission dass wir einfach quasi also ich habe damals das ziel formuliert wir wollen eine community getriebene lernplattform rund um das thema dezentrale technologien zu sein und das ganze hat dann den zweck wirklich diese dezentrale revolution wie ich finde voranzutreiben und möglich zu machen damit die welt halt ein bisschen besser wird hört sich so plakativ an aber es ist sehr visionär an aber letztendlich ist es für mich eine super geile vision sonst würde ich auch nicht hier in meiner freizeit sagen ich bin dabei genau und das ganze noch mal das klappt nur wenn die community mitmacht wenn man so leute wie dich hat die damit engagiert ist deswegen war ich so froh und bin ich ja immer auch deswegen sage ich dir so oft dass du dabei bist weil es klappt halt nicht alleine so wie genau die dlt karte wird nicht alleine und möglich machen das klappt auch nicht als unternehmen weil die programmierer werden nicht bei einem unternehmen anheuern so weil die ganze krypto leute die sind anders drauf die mögen diese dezentrale faire und anonyme und ja man muss das anders aufziehen so ich glaube das ist der einzige weg dass man über die community geht dass man alle mit einbezieht dass man nicht gewinn orientiert ist sondern hörbis orientiert ist also sinn sinn dass man irgendwie sinn hat dass die unternehmung ein sinn sinn stiftend ist und das versuchen wir halt ja das ist im prinzip das wo du auch mir sagt ist das wird die zukunft der unternehmenspolitik sein dass letztendlich alle unternehmen einen sinn ergeben müssen mein heutzutage wir kennen alle unsere ganzen probleme ernährung umwelt klima und da muss einfach ein sinn unternehmen sein und ich habe anfangs echt immer gedacht boah der ist so philosophisch schon fast aber wenn man sich das ganze wirklich mal im kopf überlegt und deine worte die du mir jeden tag immer um die ohren haust die sind einfach wahr und das ist die wahrheit und die zukunft ist anders wie die vergangenheit auch wenn man immer schön sagt die vergangenheit wiederholt sich ich bin der meinung die zukunft sollte man komplett neu gestalten muss dazu sagen auch ich wird sehr sehr geprägt von meinen professoren studiere ja mein master ist das sind siegen ist ein wirklich cooler master das plurale ökonomik unser professor nico pech ist zum beispiel auch einer der der meinungsführer in diesem gebiet und viele meiner professoren also wirklich herr bergmann das ist unser ethik professor hat mich auch sehr geprägt und wenn du siehst dass professoren wirklich dasselbe predigen dann dann gibt es auch irgendwo ein halt und da weiß man dass man auf dem richtigen weg ist das macht ja auch sinn jedes kind würde sagen dass es sinn macht nur wie wir oder die erwachsenen die in der alten welt aufgewachsen sind man ist ja immer ein opfer seiner umstände oder dem rahmen in dem man lebt da mache ich auch keinen verantwortlich aber das liegt jetzt an uns irgendwie was neues aufzubauen was irgendwie eine bessere welt für alle schafft das das einzige was sinn macht so einfach das ist nicht schwer das ist einfach das einzige was sinn macht ja definitiv wie gesagt du hast mich gecatcht mit dem ganzen ich musste mir die story jetzt schon ich glaube das vierte oder fünfmal anhören das heißt nicht dass negativ ist sondern sehr positiv aber ich hätte sie auch schon fast selber mein ganzes umfeld ich habe auch mein ganzes umfeld damit ich hätte sie schon selber auch mit meinem vater ja aber ich hätte das ganze auch mittlerweile selber erzählen können aber ich denke wenn ich schon den CEO fast jeden tag an der strippe habe dann sollte ich ihn auch hier ins video einbauen ja krypto roxas haben abgearbeitet dlt akadie möchte da noch sowas sagen oder ja wie gesagt im grunde genommen geht es dabei halt um menschen wie die und mir gerade die nicht programmieren können ganz einfach zu zu zeigen von grund auf wie man anfängt und wie man wirklich den ersten sein token macht oder eine dezentrale anwendung weil es ist nicht so schwer wie man denkt weil ich bin selber kein programmierer ich habe wirtschaftsinformatik belegt zwei semester aber ich hatte auch angst davor und ich sehe aber dass das jetzt immer mehr menschen und gerade im rahmen der digitalisierung man sagt ja immer so viele menschen werden ihren job verlieren und die werden sich umdenken müssen wenn man dann denkt an lkw fahrer der das autonome auto kommt oder selbst die ganzen algorithmen selbst anwälte und sowas werden um ihren job fürchten müssen und viele leute werden dann umdenken müssen und wir müssen die abholen wir müssen die integrieren und ich glaube und deswegen ist unser fokus darauf das wissen ganz ganz trivial und einfach zu vermitteln mit viel spaß also mit den neuesten e learning methoden wir wollen dann quasi die die leute da abholen wo sie sind egal welches level man hat man schaut sich an welches level hast du und dementsprechend wird dann der der lernfahrt angepasst und man kann auch eingeben was man machen will will man wirklich programmieren oder will man vielleicht einfach nur consulting machen in dem bereich oder will man buchführung machen in dem bereich oder will man vertrieb machen in dem bereich und dementsprechend kriegt man die einzelnen kurse dann auf sich zugeschnitten und dann kriegt man ganz kleine lernäppchen die mit viel belohnung wir kennen das ja alle von sprachlern apps dann kriegt man auszeichnungen und solche sachen weil gamification glaube ich sehr sehr wichtig weil wenn man keinen spaß daran hat dann hat man keinen spaß dann hört man auch ja und ich merke ich merke mir selber ich bin da auch wir sind einfach gestrickt so und du brauchst spaß du brauchst belohnung ähm und äh das ist dann eine win-win situation und äh darum geht es dann in dieser delt akademie wir hoffen dann dass wir mit den ersten kursen im märz live gehen können das ganze hängt natürlich jetzt von der finanzierung ab und dass wir dann mitte oder ende des jahres dann auch dann äh das ganze das ganze konstrukt äh zu nadau dann wirklich umformen die community mit beteiligen natürlich arbeiten wir jetzt vor dass wir dann auch das ganze substanz hat weil das ganze solle ja auch irgendwie ein bisschen ähm äh sie zumindest selbst halten oder auch profite abwerfen in dem sinne dass man auch die leute die wirklich aufwand haben so wie du oder andere aus der community dass man zumindest eine aufwandsentschädigung bezahlen kann weil ähm zeit ist wertvoll der menschen da machst du mir keine illusion und ähm dementsprechend arbeiten wir jetzt vor äh und hoffen wir dann irgendwann dass die community mit reinkommt und das ganze dann eher zu einer bewegung wird ähm die dann so den sinn verfolgt diese technologien in die breite gesellschaft zu zu bringen und dadurch für alle einen mehrwert zu schaffen naja thema direkt der akademie ich habe einen guten kumpel der ist informatiker ähm den habe ich gesagt ja was hältst du eigentlich von äh direkt blockchain äh ist das was für dich er sagt dann weißt du wie schwer das ist da reinzukommen ich sage aber ganz ehrlich wenn du dich damit auseinandersetzen könntest und an dieser stelle grüße an björn ähm wenn du dich damit auseinandersetzen würdest äh wahrscheinlich würdest du das auch packen und äh dann hatte ich ihm mal so grob erzählt was wir so vorhaben ja und der sagte wenn das kommt äh wäre ich auf jeden fall dabei und schaue mir das an und ganz ehrlich das ist ja auch der sinn der sache diese technologie einfach verständlich und mit diesem was du sagst dieses ähm leveling und diese belohnungssysteme ähm dazu kurze anekdote wir kennen ja alle big bang theory wie sheldon cooper damals äh der penny beigebracht hat leiser zu sprechen durch pralinen das ist ja genau so ein äh so ein beispiel was du ja auch beschreibst ähm ja also ich freue mich und ich hoffe dass wir das alles umsetzen können äh das ist ja wirklich wir sagen ja selber wir wollen nicht unbedingt geld verdienen damit wir wollen vorarbeiten für die community für das ganze projekt und leider ist es ja so um was aufzubauen braucht man geld deswegen müssen wir halt den weg gehen über eine bank anders geht es leider nicht ja das ist ja keine bank das ist ja quasi der staat in dem sinne und ich finde auch äh gerade eine crypto community basht man ja viel so die banken und den staat und so was ich muss sagen wir wurden bisher mit offenen armen fangen auch die sparkasse hier in siegen er hat uns eine plattform gegeben wir haben seminare gegeben für die unternehmen für die menschen und uns wurden gar keine steine in den weg geworfen im gegenteil und so wurde hier ein ein raum zur verfügung gestellt äh wo wir unseren vortrag halten konnten viele grüße an gesine du bist die beste ich liebe dich an der stelle die hat mich wirklich sehr unterstützt und wie gesagt von anfang an wir haben wir haben alle unterstützung bekommen hier in siegen und äh auch vielen dank an startpunkt 57 und äh genau das gründerwerk ähm auch die uni alle waren hier positiv dem thema gegenüber offen gestellt genau und äh bei dieser nrw bank die fördern halt solche projekte die dann quasi deutschland zukunftsfähiger macht und wir hoffen dann dass der antrag ist durchgeht und wenn wir das geld haben dann kann man das ganze dann wirklich angehen und auch den leuten gehälter zahlen weil momentan arbeiten wir quasi für umsonst und das geht eine zeit lang aber es geht halt weil da kann man sich auch nicht voll voll dem thema widmen und das ist dann auch für niemand ein gewinn wenn wir das nicht durchziehen so wenn da muss man das ist ein bisschen motiviert wir sind engagiert komme wie dicht und du machst das nach einer arbeit mit familie mit zwei kindern du bist das beste beispiel dafür allen respekt so weil ich mache das jetzt quasi in meinem studium studium pausiert dafür weil es jetzt ein bisschen mehr geworden ist und ähm deswegen vielen dank noch mal an dieser stelle ja und an deine frau dass sie dich ich freue mich immer wieder lässt nein das ist thema meine frau ja natürlich danke schatz muss man wirklich sagen ich habe ihr gesagt ja danke ohne dich wäre das ganz nicht möglich ich könnte mich nicht hier hoch hier hochsetzen im home office und hier alles umbauen also wenn ihr wüsstet was ich hier umgebaut habe vom pc-tisch da nach da nach da und meine frau kam rein und sagte das willst du aber nicht so stehen lassen und ich sagte doch so ist am besten und dann nee und dann sagtest du noch nee so nicht jetzt haben wir eine lösung gefunden die ist annehmbar ich hoffe ihr seid mit der kamera zufrieden ich habe das schon zwei oder dreimal in den videos gefragt gerne mal in den kommentaren ob es so in ordnung ist oder ob da noch was verbessert werden muss ich glaube beleuchtung ist für das nächste thema was wir hier mal angehen ja wie gesagt und meine frau sagte dann aber ich und das super satz also den bleibt mir im kopf weil da hat sie wirklich recht sie sagte du machst da was für die welt ich mache was nicht für uns sondern für meine kinder ich ziehe nicht irgendwelche kinder groß sondern unsere kinder und deswegen kann ich nur sagen danke vielen dank und jascha an dich du mir eingefallen nachts diese nachrichten immer diese herzchen smileys und so lasst das jetzt mal bitte ja hast du noch was zu sagen oder war es was an die community vielen vielen dank sagen auch das t-shirt zum beispiel das ist damals aus der community entstanden ich bin immer froh für jede einzelne interaktion wenn wenn ihr news teilt oder wenn ihr euch da engagiert in unserer whatsapp community da haben wir viele sagen wir nicht techniker viele menschen normalos das ist das was ich auch mal sagt wir haben normalos da drin die ihre zeit investieren und ich habe da schon ein paar portfolios gesehen ohne da weiter darauf einzugehen aber das sind wirklich leute wo man dann denkt du hast haus kind familie alles vielleicht auch noch eine kranke oma um die dich kümmerst und hast da wirklich 500 euro in krypto was ja eigentlich irgendwie wo man sagt 500 euro ist ja nicht so die welt um es mal ehrlich zu sagen in der heutigen welt und trotzdem sich trotz so einer kleinen ist investition mit dem thema auseinander besetzen und immer weiter news posten und beiträge und kommentare wie oft wir über dachten diskutieren und sich da jeder irgendwo mit einschaltet also im whatsapp ist ja wirklich so unsere normalos sag ich mal mehr und im telegram sind ja mehr die technik leute wo wir dann wirklich da kommt ein thema da sitze ich über was reden die also ich muss mich dann auch manchmal wirklich selber rein fuchsen über was er da gerade redet weil du bist ja auch dann öfter bei aber im großen ganzen tolle community tolle leute und die ganzen likes ich hoffe die kommen nicht nur weil wir alle zusammen in der community sind sondern weil das auch ganze jetzt hier ankommt gut ankommt ja versprechen wir bringen euch auch bald richtig cool cool content so wie gesagt das problem ist ich konnte halt meine anderen sachen nicht alle und den youtube kanal machen deswegen bin ich so dankbar dass stefan dabei ist jetzt und dass das bass dabei ist und dass wir das immer leute dabei sind die uns auch unterstützen und sprechen wir werden auf jeden fall wertvollen content liefern und denke mal die app wird auch auf jeden fall mehr wert bringen gerade an die neuen leute die jetzt reinkommen weil die wird vieles vereinfachen bin mir sicher weil mir vereinfach sie das leben jetzt schon ja ich benutze sie jeden tag ich auch gerade für die für die leute die nicht auf diese chats klarkommen wo 500.000 nachrichten sind glaube ich ist die app auf jeden fall eine gute sache weil man hat alles auf einen blick und wir geben weiter vollgas um euch allen irgendwie mehr wert zu bringen und nochmal viele grüße an blog trainer mirko ihr macht einen riesen job für die community für die dezentrale bewegung der hat mir sehr ans herz gewachsen mirko kenne ich ja schon gesagt seit meinem ersten meetup und ja vielen dank an die ganze community die sich da engagiert und irgendwie weiter versucht irgendwie das wort an den mann zu bringen und leute reinbringt und den das erklärt das ist ja nicht nicht so einfach gewesen im bärenmarkt im bullenmarkt wird das einfacher aber im bärenmarkt wurden wir oft belächelt und man muss ja trotzdem hart bleiben und sein glauben behalten an das ganze und alle die es durchgehalten haben viele grüße und ihr seid toll sehr gut zu dem thema youtube habe ich auch kurz noch und zwar ich bin mal gefragt worden ich glaube das war privat ja es war privat kryptonauten habe ich gesehen ausschnitte aber dich habe ich jetzt noch nicht gesehen ich dachte ja kommt noch da ist was in planung und dann haben wir hat er gesagt ja es gibt ja so viele youtuber und da sagt er auch direkt blog trainer damals noch crypto monday und sagte das habe ich gesehen auch er hatte selber coins gekauft da haben die zwei auch super arbeit geleistet mit ihrer aufklärung und man muss wirklich sagen er sagte dann aber ihr seid doch verschiedene leute verschiedene ihr seid doch konkurrenten also warum unterstützt ihr euch irgendwie gegenseitig warum sagst du ja guck doch ein video von dem oder von dem also im hintergrund ist es wirklich so wir sind immer im austausch wir sind immer irgendwie aktiv immer was können wir machen die zwei formate bitcoin to go und blog trainer sind halt aktiver wie wir weil wir hatten in letzter zeit ja wie ich ja die video am freitag sagte diese ganzen videos die wir bis jetzt hatten waren sehr professionell sehr aufwendig und daher die crypto rock stars dlt akademie alles was ihr jetzt gerade gehört habt alles im hintergrund noch läuft hat man einfach keine zeit professionelle videos zu machen die dann auch sehr viel aufwand und sehr viel zeit beinhalten ja das wollte ich warum sollen wir halt warum soll man halt sich die arbeit doppelt machen wenn der eine das gut kann und andere das gut kann dann bringt das wie gesagt diese konkurrieren nicht miteinander wie wie der herkömmliche industrie wir sind auch alle in gruppen vernetzt auch hier grüße an die anon jungs an die blockchains veranstalter wir sind alle wie gesagt organisiert und ich habe ja auch immer dass wir alle zusammenhalten auch unter den projekten an sich das lief in der vergangenheit nicht so gut teilweise gab es ja auch bashings aber im grunde genommen kämpfen wir alle für dasselbe ziel und für dieselbe mission und im grunde genommen läuft das ja auch weil wir kennen uns alle privat so mehr oder weniger und wir wollen da in zukunft auch alle mehr an einem strang ziehen weil wir haben alle dieselbe mission glaube ich dementsprechend bin ich da zuversichtlich ja sehr gut ich möchte auch noch jemanden danken und zwar der seite btc echo eure arbeit geil jeden tag was sind 12 bis 20 nachrichten die immer aktuell sind die sich selber zusammen suchen meistens aus dem englischen oder aus den seiten selber übersetzen also hammer genau natürlich können informant alle die formate und ja genau super tolle arbeit auch crypto man die kai dezentralize ist ja dahinter ilia an der stelle wirklich alle alle jeder der irgendwie dazu beiträgt toll alles hilft ja also ich wollte dich eigentlich um abschluss worte bitten aber ich finde eigentlich das waren schon super abschluss worte und ich habe mir genau für heute wie am freitag hatte ich auch einen besonderen abspann ich habe mir einen besonderen abspann überlegt für mich eines der besten leader 2020 von einer recht unbekannten band aber ich finde es genial wir haben über eine freie welt gesprochen und damit möchte ich dir das schlusswort geben und dann den tollen abspann zu sehen wie gesagt also danke erstmal für das video hier gerade hat das auf jeden fall spaß gemacht und danke dass du dich da engagierst und ja guck dir nauten hudl akkumuliert fleißig bitcoin damit ja damit wir alle irgendwie in der zukunft auch was belegen bewegen können weil ohne ohne geld klappt das ja auch nicht ne und ich denke mal bitcoin ist auch auf jeden fall mittel um wert zu erhalten für die menschen gerade wenn man aus ländern kommt die ja nicht so glück haben wie wir wie venezuela türkei oder andere wo die währung jeden tag verfällt und die leute sich dann irgendwie ist mit zu essen kaufen können dementsprechend beschädigt euch mit dem thema das ist nicht nur investieren das ist nicht nur schnelles geld ist wirklich was dahinter und selbst wenn ihr erst mal nur wegen dem geld reinkommt und wegen den gewinnen macht das halt ist nicht so schlimm keiner wird sich hier verurteilen weil im grunde genommen sind wir alle so reingekommen und das hat sich auch selbst der satoshi satoshi wusste das dass die menschen gierig sind und entsprechend hat er das so designt extra dass durch hier das system noch sicherer wird und dementsprechend braucht euch nicht zu schämen und alle wollen ihre familien ernähren und eine bessere zukunft haben deswegen kommt in die communities unterhaltet euch schaut euch videos an bildet euch fort ihr lehrt auch vieles über andere dinge über politik geldsystem technologie das ist das geile weil man kommt rein den krypto aber man lernt über so viele sachen was das öffnet euch den horizont und ihr könnt dann über viele spannende sachen mitreden und ihr könnt nicht verlieren ihr könnt nicht verlieren ja man kann nur gewinnen und an dieser stelle mit diesen worten nichts hinzuzufügen vielen dank für das video an euch viele liebe grüße danke fürs zugesehen tschüss tschüss pf 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 keep on rockin in the free world pf pf pf